Guten Morgen! Na du? Willst du mir zeigen, wie du wieder schön zugewachsen bist? Ja? Boah! Das sieht ja jetzt aber auch sehr lustig aus mit dem mit dem kleinen Flusenkram da hinten so. Hui! Wer kommt denn da noch? Kommt und geht! Kommen die jetzt alle heute rüber? Hast du Bescheid gesagt? Taubentreffen im Wohnzimmer? Pili Pali Pili Mausebein! Weil hier so schön die Sonne schon scheint, ne? Du Rübi Ratz! Schick siehst du aus! Ja, ganz schick Pili Pali Pili! Wupsi Wupsi So und ne? Wieder Putz Aria auf meinem Kopf? Na dann mach mal! Ich guck mal wer da noch so kommen will! Ah! Die Soße hat Ausflug! Und da und weg! Hallo Soße! Hallo Soße! Na du? Äh! Warte mal! Wenn du da bist und Pili auf meinem Kopf, wer sitzt denn dann auf eurem Nest? Fällt mir da gerade mal so ein? Pili? Habt ihr einmal da wieder rauf gesetzt oder wie? Soll ich da mal gucken gehen? Pili hat zu tun! Okay! Dann putzt du dich mal! Ich guck dann gleich mal wie es da drüben aussieht! Okay!